Harmonie-Bärchi, was hast du dir Schönes für die Sternenscheinparade ausgedacht? Ich will mir eine neue Süßigkeiten-Geschmacksrichtung ausdenken, aber das ist gar nicht so einfach. Vielleicht kann ich dir helfen. Danke, aber ich weiß, dass du Wichtigeres zu tun hast. Ich glaube, ich schaffe das alleine. Ach, das dauert doch nicht lange. Lass mich einfach mal probieren. Oh, nach was schmeckt das hier? Das sind super saure, limonenschaurige Zitronenkringel. Sind die nicht großartig? Ja, großartig. Ah, sie liebt die Kringel. Sie wird es jedem erzählen. Am besten, ich mache noch mehr. Hast du Harmonie-Bärchis Süßigkeiten probiert? Ja, sie sind sehr sauer. Als Schraubenkopf davon gekostet hat, hat er sogar seine Halsfeder verloren. Also viel Spaß noch beim Aufräumen. Ich muss noch nach den anderen Bärchis sehen. Wir haben noch eine Menge Lauf wegzuhaken. Lass mich auch mal. Ich möchte auch mal. Es ist noch so viel zu tun. Ich sehe lieber nach, wie weit heilig ein Bärchen mit den Blumen ist. Und dann mache ich den Stern. Hurra, Bärchi. Da bin ich aber froh, dass du vorbeigekommen bist. Was ist denn los? Ich habe leider nicht genug Blumen für die Parade in meinem Garten. Was soll ich jetzt machen? Hm. In der Nähe vom Wolkenhügel habe ich ganz viele wilde Blumen gesehen. Danke dir für deine Hilfe, Hurra, Bärchi. Das sind genau die Blumen, die ich brauche. Gut, gut, gut.